Wo labert er? Ach, da oben. Da oben wird gelabert. Na, komm, leider ist nicht von hier aus. Ah, schade. Das geht von hier aus leider nicht. Gut. Der Typ geht die Treppe runter. Ich frage mich, ich glaube... Ja. Ah. Es ist halt leider... Ja, nur so ganz wenig Platz. Hm. Ich geh mal woanders hin. Es war hier. Ähm, ja. Dürfte aber gehen. Ja, das machen wir jetzt hier. Gut. Da ist der Nächste weg. Gut. Gut, es sind noch drei. Da ist der Einfang, da ist der eine. Und wo ist jetzt der andere? Hä? Ah. Hm. Ob ich den Typ hier, den ich einfangen soll... So, diese sind jetzt beide oben. Ob ich die jetzt hier in dem Augenblick? Mit Schlafgas holen könnte? Oh, Sandmann? Okay. Holla, die Fee. Den sollte ich jetzt mal nicht töten. Ich weiß, ob die da eben auch nicht getötet. Eventuell. Ach, komm schon. Das gibt's doch jetzt echt nicht. Nein. Geht der, geht der jetzt diesmal einfach dieses Haus ran und zieht mich da von innen. Ach, come on. Wegen dem einen Gegner schicken sie mir jetzt hier nochmal welche rauf. Ja, und die stehen natürlich jetzt alle auf Eimer. Die sind aus dem Nichts erschienen. Sehe ich nicht ein. Sehe ich echt nicht ein. Kann das doch bestimmt auch einfach so neu starten. Ich hoffe mal ja echt, dass es insgesamt auch nicht gerade übermäßig, dass dann halt nachdem ich, wenn ich die hab, den letzten auch hab, nicht nochmal Meldung kommt, dass hier nochmal mehr Sinn sind. Lass mal Schlafgas ausrüsten. Und die Pistole. Oh, komm schon. Jetzt kann ich hier nochmal von vorne anfangen. Dauert's noch länger. Oh, komm schon. Ich war jetzt so nah dran. Mann, der ist scheiße. Leg gerade, ob ich den jetzt einfach... Obwohl, jetzt gehen sie zusammen. Was soll dat? Gut. Tschüss. Ah, Mann. Gut. 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 Wo ist denn der Andere? Bereich ist so gut wie gesichert. Noch fünf gegnerische Einheiten. Ich hoffe mal, dass ich ja wirklich nur... Dass ich ja nur diese... ganzen weghauen muss. Und dass... ...da nicht am Ende nochmal ein ganzer Bereich für mich kommt, ne? Fänd ich... Fänd ich ein bisschen blöd. Ich möchte jetzt hier so anstrengen und dann käme am Ende noch ein Bereich, wo ich mich nochmal genauso anstrengen muss. Beziehungsweise... Ich dann wieder feile und alles von vorne anfangen muss. Okay. Na gut, hier muss ich jetzt halt erstmal warten. Immerhin... Weißt ihr ja schon, was ich mache, ne? Ja... Da muss ich auch warten, bis der umdreht. Okay. Aber nicht weiter. Drehst du vielleicht mal um jetzt? Na ja, schwere Infanterie, lauter solche... ...kleinen Dinge. Ach, guckt mich nicht, aber das hier. Nein. Bitte nicht. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ach. Sag mal. Ja. Hört mich nicht. Lass mich diesmal nicht abknallen. Ach. Geht mir das... Langsam geht mir das auf die... ...Nüsse. Tschüss. So. Bringt mir wahrscheinlich nichts, aber... Ich mach das jetzt so lange, bis es, äh... ...nach meinen Wünschen funktioniert. Ich könnte natürlich hier echt... ...insgesamt... ...dafür sorgen, dass alles ein wenig schneller geht und... Ich lass den jetzt liegen. Juckt mich nicht. Okay. Der wird markiert. Und der wird markiert. Muss nur warten. Und tschüss. So. Kein Interesse da ist... Oh. Viel Zeit zu verschwenden. Mann, ich war da schon bei nur noch einem. Und den... ...will ich dann auch nicht einfach abschießen, sondern... Ähm... Okay. Da will ich jetzt auch nicht einfach. Hey, kann ich... So. Meine Güte. Mit denen klappt es ja eigentlich mal gut. Ja, das da hinten eigentlich auch. Ich war da grad... ...nur wieder zu ungeduldig. Und wollte unbedingt... Und hab den... ...einen ja unbedingt... ...hin... ...als er vorne war, ausschalten müssen, ne? Ja, hier könnte ich jetzt eigentlich... ...relativ ungeduldig sein, ne? Nein, der kommt gerade erst hier her. Na, da muss ich jetzt warten. Schade. Ne, das ist auf jeden Fall... ...keine gute Idee, den auszuschalten... ...während... ...ähm... ...also hier per Nahkampfangriff... ...auszuschalten, während... ...die ganzen Spassen rumstehen. Okay, aber jetzt, äh... ...passt das. Der... ...bewegt sich davor. Und den da oben... ...sollte ich dann natürlich, äh... ...auf jeden Fall... ...erst ausschalten, wenn er sich nach hinten bewegt hat. Den raffe ich jetzt aber mal auf. Und werfe ihn da in die Ecke. Was zum Teufel steckst du? Na, hier ist etwa ein... Gut. Ich wollte hier jetzt einfach mal ein wenig schneller sein. Ne, das ist... ...das haben wir nämlich nur noch zwei übrig. Mann, das ist dieser Typ. Frage mich... ...ob ich an den da oben... ...eventuell auch... ...anders rankomme. Beziehungsweise... ...ich würde dann einfach... ...den Einfangtypen... ...mit dem Schlafgas holen. Da ist er drin jetzt, ne? Hm... ...gute Frage. Könnte ich jetzt auch nur mal sicher gehen... ...und da einfach Schlafgas reinwerfen. Okay. Warum auch Schlafgas ausgerüstet haben? Nein. Das hau' ich mir über, ne? Sehr intelligent. Hm. Kinders. Ich würde eigentlich gerade diese Haftkamera... ...noch mal benutzen. Aber... ...das geht wohl scheinbar... ...leider nicht, ne? Hm. Ich weiß, ich klettere jetzt einfach mal hier rein. Ist mir egal. So, da wird er jetzt markiert. Holla, die Fee. ...wichtige Zielperson für dich verpackt und abholbereit. Verstanden. Wir holen ihn da raus. Ey. Könntest du bitte... ...bitte ein bisschen... ...langsamer gehen? Soweit alles gut, Sam. Der Widerstand im Dorf wird heftiger sein. Am besten versuchst du über einen alten Bewässerungstunnel zu den Gebäuden zu kommen. Müsste ausgetrocknet sein. Müsste. Etwa wasserscheu? Es darf doch wohl nicht wahr sein, oder? Das heißt ja jetzt... ...das heißt ja jetzt, ich muss noch eine Zone säubern. Nein. Ach, come on. Als ob das sein müsste. Alles klar. Sehr schön. Daten gefunden. Zur nächsten Zone. Ja, komm, Sam, lass dich doch mal runterfallen jetzt. Menschens, Kinders. Ach, das darf doch wohl nicht wahr sein. Jetzt säuber ich da diese Zone. Und was kommt? Ich hab's befürchtet. Noch eine Zone. Ja, öffnen. Wenn das doch wenigstens hier gespeichert werden würde, hä? Aber, ich bin mir sicher... Oh. Hauptsinn. Gab nicht viele andere Optionen. Wissen die Einheimischen von diesem Ort? Sie wissen es und es ist ihnen egal. Solange das Schmiergeld für die Polizei regelmäßig kommt, behält es jeder für sich. Wir haben sicher größere Probleme. Warten Sie, bis du kamst. Ich mache nichts als Ärger. Wenn du so nennen willst. Vorsicht, Sam. Bist jetzt nah dran. Hm. Nochmal elf Gegner. Super. Freut mich. Da ist nix. Ja, dieses Speichern war aber doch nur das Hauptziel, oder? Oder hat er sonst noch was gespeichert? Bin mir nicht ganz sicher, ob diese Stelle hier jetzt gespeichert hat oder nicht. Aber mal schauen. Ich habe echt nicht damit gerechnet, dass das jetzt hier auch lange dauert. Also lange dauert das schon, aber dass es dann jetzt gleich hier mehrere Zonen sind. Damit habe ich eigentlich im Großen und Ganzen nicht gerechnet. Ja, bis jetzt noch keine Leute hier zu sehen, ne? Lassen wir uns mal runter. Meine Güte. Okay. Da kommt jetzt hier tatsächlich ein Speichern. Das würde ja tatsächlich heißen. Ach gut. Alles auffüllen. Oh, da ist sogar noch so eine Kiste. Meine Güte. Hm. Bin gerade am überlegen. Hm. Nee. Ich glaube. Oder doch. Ich finde es ein bisschen blöd. Okay. Ich mache das jetzt so. Ich mache hier erst mal kurz ein Päuschen und spiele dann weiter. Ich weiß das noch nicht ganz. Eventuell werde ich die Aufnahme in zwei oder drei Parts schneiden. Das kommt... Ich werde es sehen. Ihr werdet sehen, ob das jetzt hier der dritte Teil aus dieser Aufnahme ist oder der zweite. Jedenfalls im nächsten Part geht es weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Ich lasse mal kurz.